Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier bei mir. Und zwar geht es dieses Mal um digitale Signalverarbeitung, wie ihr an diesem schönen Teil auf meiner Stirn unschwer sehen könnt. Ja, man stellt sich erstmal vor, es ist so ein unfassbar ödes Thema, das Ganze. Aber ihr werdet tatsächlich von Signalen die ganze Zeit begleitet, die ihr unterwegs seid. Sei es euer Handy oder sei es auch gerade dieses Video, was ihr bei euch auf dem PC oder dem Handy guckt. Denn auch solche Signale sind irgendwie verarbeitet und die werden euch dann wieder ausgegeben. Und das sind digitale Signale. Und wir wollen in dieser Serie klären, wie man eigentlich solche Signale produziert und wie man sie verarbeiten kann. Es geht aber noch mehr Future-mäßig. Und zwar das Ding, was ich auf meinem Kopf trage, nennt sich EEG-Gerät. Das ist kurz für Elektro-Enzephalogramm. Und das hört sich erstmal sehr, sehr abgespaced an, aber macht im Endeffekt nichts anderes, als die Spannung auf eurer Haut zu messen. Das heißt, damit kann ich tatsächlich messen, was für eine elektrische Spannung ich gerade produziere. Und wo kommt diese elektrische Spannung her? Naja, von den Neuronen in meinem Kopf. Das heißt, dieses Ding hier misst Neuronenaktivität. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, weil natürlich der Schädel dazwischen ist und die Neuronen vielleicht auch etwas tiefer in meinem Schädel drin sind. Deswegen kann das Gerät nur Hirnareale tatsächlich messen und nicht einzelne Neuronen. Doch auch für sowas gibt es tatsächlich Technik. Man muss dann den Schädel aufschneiden und die Neuronen einzeln bestücken. Das heißt, es gibt wirklich Messgeräte, mit denen man im Kopf an den Neuronen dran die Aktivität messen kann. Und mit dem Ding hier, naja, da messe ich einfach Gehirnregionen. Wie aktiv ist mein Gehirn auf einer bestimmten Region? Und ja, dann verarbeite ich das und das nennt sich dann elektrisches Signalverarbeit. Großer Dank geht raus an den Mindtech Store, die mir die Geräte zur Verfügung gestellt haben, die ihr in diesem Video seht. Der Link zu dem ist natürlich in der Beschreibung. Warum ist das gerade jetzt so relevant? Nun ja, stellt euch vor, ihr wollt wirklich so einen kleinen Chip in euer Gehirn einpflanzen lassen. Warum würde man sich freiwillig am Gehirn operieren lassen? Warum würde man sich etwas Elektronisches ins Gehirn einpflanzen lassen? Nun ja, stellt euch vor, ihr seid gelähmt. Und zwar zum Beispiel, weil eure Nerven kaputt sind, aber im Gehirn funktioniert alles. Und das ist zum Beispiel bei Locked-In-Patienten so. Und mit diesem Gerät in eurem Hirn drin, wärt ihr eventuell wieder in der Lage, eure Gliedmaßen zu bewegen. Oder vielleicht sogar, stellt euch vor, wie es ist, wenn ihr wirklich Locked-In seid und ihr könnt danach mit einem EEG-Gerät, beziehungsweise vielleicht sogar mit einem Chip in eurem Gehirn, eine Hand wieder bewegen. Und falls eure Hand irgendwie amputiert wurde, weil ihr im Krieg wart oder sowas, könnt ihr so ein tolles Ding hier benutzen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, mit eurem Gehirn das Ganze kombinieren könnt. Wenn ihr das mit eurem Gehirn oder mit eurem EEG dann einfach verbinden könnt, dann könntet ihr tatsächlich wieder in der Lage sein, eine Prothese mit euren Gedanken zu kontrollieren. Diese hier ist jetzt nicht mit euren Gedanken kontrollierbar. Die ist für Schulen gedacht. Das heißt, hier wird tatsächlich Leuten Programmieren beigebracht. Ich habe dazu sozusagen hier eine Fernbedienung und kann hiermit dann die Hand kontrollieren. Und ja, das Tolle ist dabei, ich kann das sogar selber programmieren, wenn ich das möchte. Das Projekt ist nämlich ein sehr, sehr angenehmes Projekt, das ich selber zusammengebaut habe, sozusagen. Auch wieder hier Riesendank an den Mindtech Store. Das ist nämlich nichts anderes als ein Arduino. Ein Arduino, der hier verkabelt ist, wie ihr sehen könnt. Und anschließend gehen hier einige Kabel rein und man sieht hier drin, dass das einfach nur einige Motoren sind, die hier tatsächlich die Finger, die mit Fäden befestigt sind, wenn man das hier mal genauer anguckt, dann sieht man hier diese Fäden dabei und die werden angezogen und dadurch krümmen sich die Finger. Und allein damit kann ich schon relativ viel erreichen, wenn ich das möchte. Allein damit kann ich schon wieder Patienten die Möglichkeit geben, sich zumindest ein wenig vorzubewegen. Und das ist natürlich hier jetzt eine Hand, die eher auf Ausbildungszwecke, also auf Programmierzwecke ausgerichtet ist. Während es natürlich noch sehr, sehr viel professionellere Methoden gibt, um tatsächlich wieder eine Prothese zu nutzen. Diese Serie behandelt Biosignale. Das heißt, wir wollen mit unserem Computer Signale einlesen, die hier einfach normal in den Raum rumschwirren, wie zum Beispiel eben das Potenzial, also die Spannung auf meiner Haut, wie zum Beispiel aber auch den Ton, den mein Mikrofon gerade aufnimmt für euch und so weiter und so fort. All diese Signale, auch Bilder sind eigentlich nur Signale, auch Licht sind nur Signale. Und all diese Dinge kann man natürlich einlesen und mittlerweile mit dem Computer verarbeiten, mithilfe von sogenannten Sensoren. So, und ja, wir wollen uns hier um diese Sensorik kümmern. Wir wollen allerdings nicht in Netzwerktechnik-Protokolle ausschweifen. Das heißt, wir wollen uns nicht darauf konzentrieren, wie man irgendwelche Zahlen folgen, als das erkennt, was sie sind. Sondern wir wollen wirklich den Schritt gehen von dem reinen Signal, wie zum Beispiel dem EEG, was ich auf meiner Stirn habe, bis hin zum fertig verarbeitbaren Signal im Computer. Diese Serie verlangt an sich kein Vorwissen. Allerdings kann es schwierig werden, bei jedem Teil zu folgen, wenn ihr die mathematischen Vorkenntnisse nicht habt. Das heißt, wenn euch hier was fehlt, dann verzweifelt nicht und schaut einfach beim nächsten Video wieder rein. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Serie, genießt das Ganze und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich dieses komische Ding nicht mehr aufhabe. Alles klar, bis dann. Ciao.